Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo zur Lehr- und Lernplattform LernSax. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Benachrichtigungen verwalten. Begeben Sie sich bitte zunächst wieder auf lernsax.de, klicken Sie den Login-Button an und melden Sie sich mit Ihrem Nutzernamen und Kennwort an. Zentral auf Ihrem Startbildschirm werden Sie über Ihre neuen Systemnachrichten informiert, die Sie durch einen Klick abrufen können. Sollten Sie keine neuen Systemnachrichten haben, finden Sie alle Systemnachrichten auch unter dem Punkt Einstellungen – Systemnachrichten links unten auf der Seite. Durch einen Klick werden Ihnen alle Systemnachrichten angezeigt. Wollen Sie verwalten, wann und wie Sie benachrichtigt werden, klicken Sie auf Benachrichtigungen festlegen. Hier haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Optionen. Sie können für jeden Typ von Nachricht eine eigene Einstellung festlegen. Online-Benachrichtigungen bedeuten, dass Sie die Nachricht nur als neue Systemnachricht auf Ihrer Startseite angezeigt bekommen. Durch Auswahl der Option Quick Message bekommen Sie bei jeder Systemnachricht eine Quick Message. Sie können sich auch jedes Mal per Mail informieren lassen, und zwar entweder sofort, einmal täglich oder einmal wöchentlich. Vergessen Sie am Ende nicht, sich über den Button Lockout abzumelden. Wir hoffen, das Video hat Ihnen geholfen. Wenn sich Fragen ergeben, bitte einfach in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Diese finden Sie, wenn Sie auf der Seite etwas runterscrollen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.